Ja, das ist aber normal. Das war vorher auch schon so, unabhängig von den beiden. Wenn ich zur Nationalmannschaft komme, dann frage ich auch, wie sieht es aus bei Bayern im Moment. Ein paar Schwierigkeiten oder so, da fragt man halt auch mal nach. Das ist ganz normal und das hat jetzt nicht unbedingt was mit Neymar und dem Buffet zu tun.